Wer hier zuhört, nächstes Heilspieler Fischer Frauen, Samstag, 5. Januar, 19 Uhr, hier in der EBS Arena, dann Zugast, die HSG Lohmberg-Lippeo. Musik Musik Ja, Sie haben auch gemeint, wir haben auch heute in zweiten Parteien dabei. Herzlich willkommen in Göppingen, Ramesch und Surenisch, die Angereier. Herzlich willkommen in Göppingen. Hallo, meine Damen und Herren. Jetzt warten wir auf unser Team. Wo sind die Hände? Vielen Dank. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Danke! Mit den Freien gleich mal präsentieren uns Johanna Schäfer! Allein immer noch mehr präsentieren, Brüder aus Kehlen! Leihabend ist die Kommission, heute ist hier ein Spiel präsentiert, das ist Arbeit für die Kräuter! Ich präsentiere, Freunde, dass die Ewig nennt ihr! Und unsere Trainer aus Nürburgring, 50 Jahre alt, das ist ein Spiel, das ist ein Spiel, das ist ein Spiel! So, meine Damen und Herren, gleich geht's los. So, es träumt, wir sind hier zu Hause, wir sind in unserem Wohnzimmer, wir sind in der Halle Süd und wo sind die frisch auf Braunfelsch! So, es gibt vier tatscherauschen! Ja, das war Torwein für zehn Zyvestigen, die von zehn Frieden-Kerrieren sind. Gernotis Applaus 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 Die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 mit der 2.2.2. Anika Lott Applaus 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 Wir sind in Yokana. Wow. Ich bin jetzt auch ein Kick. Treppe auf unsere Gäste 22, 27 und auf den Spiels. Wir geben wieder Auflass. Komm her! monitor zu kregen! Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.